Hallo, ich kann ohne mein Körper nichts machen. Hilfe! Das ist total widerlich. Sieht da dann auch mal irgendeine Spur hinter sich so her wie a la Blutspur oder sowas? Ne, der rollt einfach. Der rollt einfach. Der klonker tonker da einfach lang. Okay. Das kommt drauf an, wie der rollt. Dann macht er seine eigene Hälfte. Er hat welche Wissen. Kommt der drauf auch noch an? Hat er so ein großes Visier, was so relativ kranz laut klonk? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er nach oben rumknockert. Doch, womit hatte ich die letzte Woche kaputt geträgt? Was ist er? Sie hat mir noch gesagt. Wenn es echt war, würde ich sagen, würde das erklären, dass er seine Wahrheit erklären ist. Wenn du wirklich interessiert hast, warum nicht sie sich fragen? Hey, Velvet, was ist deine Verbindung mit Artorias? Rokoro, geh mal. Takt! Ich habe dich zu sagen. Es tut mir nicht. Artorias war mit meiner alten Frau, Selika. Er war unser Bruder-in-Law. Wir leben zusammen für mehr als 10 Jahre. Das erklärt ein paar Dinge. Also hat er seine kleine Frau gegründet, und hat seine Frau in Aetherium gegründet. Aber... du bist seine Familie. Für mich? Zu seiner Sicht der großen Scheme. Familie ist konsequential. Die Neues der vielen ausüben die Neues der wenigen. All er getan hat, war zu agieren, in seiner ideale Logik. Na ja, genug Chit-Chat. Lass uns gehen. Hm, Kronka-Tonka. Du kannst nicht so, als es was ist. Sie könnten ihn auch einfach kurz scheppern lassen, indem sie mal ein bisschen Fußball spielen. Also Kronka-Tonka. Das kenne ich mir so schön. Ach, wieso, wenn er wieder zurückrollt? Das ist ja so eine Beute. Kronka-Tonka-Tonka. Das kommt drauf an, wie rum du ihn rollst. Von der Leidung von der Leidung von der Leidung von der Leidung. Das ist wie die Neues und die Neues kamen. Dann die Neues die Neues die Verkult umgekehrt wurde. Denn die Neues, die Neues verletzt wurde, zurück in Menschen, weil sie ihre Malevolen verletzt hat. Ja, und in Ordnung sie nicht verletzten werden. Oder was sie so. Also sie sie schaci. Ja, ich meine, ein Neues ist ein Neues, natürlich. Du denkst, sie könnte nur die Malevolen verletzten? Und wieder ein Leben leben, ein Mensch? Das stimmt, das ist nicht möglich, wegen der Mälevolenz selbst-reinforzenden Natur. Als Therians verbunden sind mit Einomenot durch einen Punkt der Erde, sie können kleine Konzentrationen von Mälevolenz aus der Umgebung, und inhalte die Kreation von neuen Mälevolen. Aber jeder Mensch, der genug Mälevolenz entwickelt wird, um ein Mälevolenz zu werden, wird immer mehr Mälevolenz produzieren, so lange sie leben. Das stimmt. Für die Mälevolenz muss ich es auf der Grunde genommen werden. Das ist wie meine Macht funktioniert. Völven, ich bin sorry. Ich habe es nicht gehalten. In Wahrheit, finde ich es convenient. Insofern werde ich nie vergessen, meine Mälevolenz für Artorias vergessen. Plus, wenn du von einem Punkt der Erde entfernt, wirst du die Mälevolenz von einem Mälevolenz konsumieren. Die Mälevolenz für meine Mälevolenz, ja. Ich bin gleich übrigens enttäuscht, wenn er keinen Kopf rumklonkern kann. Was weddings!? Wollten! Ein Nummerage! Huh-hahaha! Wo ist die Halleoo? Es müsste in dieser Richtung irgendwo sein. Reklauun resting? Ja. Ich war nämlich so grob zu erinnern, dass ich hier lang gekommen bin. Und? Ja, nicht ganz. Der Kopf fehlt. Aber wenn wir den vom Pferd schmeißen, dann klonka-tonka das bestimmt auch. Sogar ein bisschen lauter. Ich bin der Kopf. Eine Erwärmung ist eine Erwärmung, mein Lieber. Eine Erwärmungin und ein Horses-Dämen. Er hat eine Menge Liebe. Das muss ich sein, der wahrer Erwärmung des Verwärts-Processes. Oh, ich verstehe. Die Erwärmungin-Exorcist-Lady nicht sagt, dass die Erwärmungin zurück ist. Sie geht für die Erwärmungin auf Horses-Bach. Jetzt passt die Erwärmungin und schije man zum nächsten Mal. Du kannst die Erwärmungin und eingehen. Ich finde es sehr interessant, dass das jetzt... So psychischen Rauchen auf die Spitze rauskommt. Wie ist das denn, dass da so ein Schäden Kiefer aufbrennt? Ich glaube, wie ein Schädenkopf ist. Die Schädenkopf zu schweigen. Das war's für heute. Ich hätte es doch nur unterwegs ein paar Gegner angerufen. Oh! 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 Es hätte wenigstens die Möglichkeit gegeben, das wieder aufzuladen. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich habe es gerade geschafft, um am eigenen High-Kreis rauszulaufen. Wunderbar. Wir kommen hier im Club. Du bist auch aus deinem eigenen High-Kreis rausgenommen? Nein, aber hier beide rennen auch ständig bei Yoshi aus der High-Kreis raus. Das ist was anderes. Was kann man tun um die Anzahl an blauen Punkten, wenn er so zählt? Ähm, Gegner nehmen, Gegner sofort die Sehnen, die sich nicht einsammeln. Ah, ich weiß nicht, dass ich drei habe. Lachen wir so langsam. Aber ich habe die Idee, wenn ich drei habe. Ich dachte, ich tue mal was dagegen, dass Roco runterläuft. Oh, danke, dass ich nicht die Spiepump. Es ist auch nicht dein Job, das mitzubekommen. Das ist das... Yeah. Ja! Ich hab alle einen Lust bekommen, aber ich kann mich nicht mehr aufnehmen. Ich hab alle einen Lust bekommen. Ich hab alle einen Lust bekommen. Ja. Guck mal, lass unsere Heilerin in Ruhe. Ich will doch nur heilen. Meinetwegen blödemäßig. Ich hab sowieso relativ wenig Tode wie das Spiel bisher. AHHHHH! Ich hab nämlich verpullt! Oh, wo bin ich denn? Da hat der andere Gegner noch geholt. Okay, ich habe eine die Для. Und wie wie die esστε, ich bin. Aber wenn Sie desconesen sind, dann macht sie aber auch wahllen. Oh, was er Valk zu brauchen? Ach so, wie ich ihn mich taki kami? Nein, das ist so interessant. Das ist so wichtig, dass ihr das Film und ich, warte, Lucas. Ich bin 2018. Dann hab michρ源 zugehen. Auf das Gewässer ist meine Schrank. Überrasch, du kleinen Wehr. Ich bin wirklich so klein. Wenn du bist, ist es noch ein kleiner. Ja, das ist bei dir. Ich geh auch bei dir. Das ist gut, das ist gut. Das ist auch immer ein kleiner. Hey, wir haben ein Kopf. Den können wir hier aufgeben. Das ist definitiv stärker. Den können wir hier aufgeben. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Der Dämon von der Villa? Nein, schau mal. Es ist absorbiert in der Malevolenz. Es ist ein Therian. Eigentlich, der Hauk ist Griffin. Meine einzige und einzige Freund. Ein Therian. Das ist was Tabitha bedeutet, als sie gesagt haben, dass wir kurz herausfinden. Aber Herr Herr, warum hast du einen Therian? Es ist wie gesagt, Griffin hat meine liebe Freundin seit ich ein Kind. Auch wenn er ein Therian jetzt ist, das nicht verändert. Das hat sich nicht verändert. Also, du wusstest, dass du einen Therian zu helfen hast. Was hast du plattst? Ich habe keine Plotten oder Schemes. Ich möchte einfach, Griffin zu sein. Ich denke, wir sollten nicht zufrieden sein. Aber Herr Herr, der Kräste und der Zukunft der Herr, er wird machen, was er mag. Ich glaube, ich bin da. Aber wenn ich bin, dann ist es die erste Mal, dass ich eine Wahl von meiner eigenen Wahl habe. Wenn du ein Prinz bist, bist du nicht eine Person. Du bist eine Institution, die eine zu vermitteln, um den Staat und seine Menschen zu helfen. Das kann man doch parallel. Ja, ich bin ein. Ja, ich bin ein. 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 Aber dann hat er, dass er eine Auswahl von Inonaut ist. Das ist ein schönes Tierchen. Ich habe den Exorcist auf den Weg, und verbreitet die Barriere. Aber dann hat er die Exorcist auf den Exorcist, und ihn zu töten. Das ist das, was du gesagt hast, dass du nie wieder zurück kannst. Eh, sie können überprüfen, ein einziges Exorcist zu verbreiten. Aber mit Ätherien entfernt, die Malevolenz enthüren die Kapitel. Ich wusste voll gut, was ich war. Und noch... Ich konnte nicht sehen, dass mein Leben der Freunde von meinem Freund verbreitet. Sein Herr Herr. Er hat ein einziges Tier in der Welt gewählt. Warum glaubst du, dass die Tiere fliehen? Das ist das, was Lord Artorias fragt mich. Mein Anatomie-Buch sagt, dass die Tiere fliehen können, weil ihre Höhle leicht sind und ihre Höhle sehr stark sind. Die Tiere fliehen, weil ein Hähler, der nicht fliehen kann, kein Hähler überhaupt. Das ist das, was ich denke. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe, dass du auf dieser Isle bleibst. Du kannst, wie du möchtest. Aber wenn du versuchen, zu erheben, ich werde dich töten. Aber das muss funktionieren. So haben wir ihn auf der Hand, wenn wir einen Höhle brauchen. Entstanden. Ich freue mich, dass du hier mit Griffen und ich bleiben. Nun, jetzt, dass das geschieht, wir uns selbst eine Höhle bauen. Also, im Prinzip hätten sie sagen müssen, wir lassen den Vogel fliegen und bauen ihm hier am Erdpuls sein Nest. Dann kommt er sowieso immer wieder hierhin und alle wären glücklich gewesen. Ja. Also, erstmal hat Fuchs gerade den Rangetsu-Reihe erlernt, in Prokurus zweite mythische Art. Oh, schön. Und in das Waffenfliege Azerit Nr. 3 gewährt Charaktere, die Ausrüstung tragen, die insgesamt mindestens 15 Mal aufgewert wurde, und einen Bonus von plus 1 auf ihrer maximale SA. Wir kommen doch nichtmals auf über 5! Doch! Wir haben ja ein paar von uns 4 oder 5 SA. Nein, ich meinte 5 Mal aufrüsten von einem Gegenstand. Nun, es ging darum insgesamt. Ach, insgesamt. Du musst insgesamt 15 haben. Also, plus 4, plus 6, plus 3, plus 2. Gut reiten. Du kennst dich wo Elinor ist? Du bist nur mit dir? Ja. Aber dann hat sie weg. Ich bin schade, weil sie ziemlich schade sah. Kannst du sie finden? Nein. Wie ich mit dir? Ahh... Alright, alright, fine. Just don't cry on me, okay? H길 sein. Hey, Rokuro. Hast du gesehen Elinor? Uh, wahrscheinlich. I dunno. Ich lege sie zu. Nein, er ist freiwillig, wir sind ihm hinterher gelaufen und er ist freiwillig gegangen. Ich habe meine Geld für dich nicht bezahlt. Du sagst das, aber du willst wirklich nur Shigure, nicht wahr? Wow, für mich sind sie beide verbunden. Das ist eine lange Geschichte, aber ich kann dir sagen, wenn du... Ich werde passen. Also, dann mit mir für einen Drink? Ich kann nicht. Ich bin 19. Was machst du von dieser Part hier? Hmm... Well, wenn du es Lohni-Kyle benutzt, dann es bedeutet Midrith. Which... Probably ist nicht richtig. Vielleicht... Musa Mila? Well, das würde diese Passage sagen, Pornjas are nummy. Uh, okay... Ja, das ist nicht richtig, either. Was ist passiert, Velvet? Hast du Elinor gesehen? Nein, ich habe es nicht. Sorry, ich weiß, dass ich sie sehen soll. Nur, schreib irgendwo, wo es mehr Licht gibt. Du wirst deine Augen so verletzen. Uh, okay. Er ist ein Malak, der macht sich Licht. Eben. Was war der erste Begriff, der Teil dir bedeuten sollte? Das habe ich nicht aufgefasst. Aber, äh, ja. Musa Mila, ne? Ja, da ist irgendwas mit Blünen irgendwas am Anfang. Ich weiß nicht. Hey, hast du eine Idee, wo Elinor ist? Nein, Entschuldigung. Ich hatte ein Gespräch mit Benwick und der Crew über unsere Suche für Eifried. Hast du sicher, dass du okay bist mit dem Entschuldigen? At dieser Punkt, die Abbey hat nicht viel Grund für ihn zu halten. Würdest du lieber ihn für ihn als Therians? Ich weiß, dass Zeit ein Faktor ist. Aber wir haben noch keine decenten Faktoren. Ich glaube, wir müssen die Abbey abbey und sehen, was schlägt sich. Und wer besser zu tun, als du? Also, das funktioniert für uns beide? Keine Angst. Ich bin immer noch aus eigener Interesse. Außerdem, Eifried will nicht so schnell sterben. Er ist ein starker Mann. Es dauert ihn viel, um ihn zu nerven. Ja. Ich habe nie gesehen, ihn flinchen aus einer Sturm. Keine Ahnung, wie choppy die Seasen. Wo die Angeln Angst haben, wie sie sagen. Hm. Wahrscheinlich ein paar davon auch. Ja. Hey. Hast du eine Idee, wo Eleanor ging? Wie sollte ich es wissen? Ich bin zu viel, um die Zeit zu verraten, um jemanden zu sein. Du siehst ziemlich unbezüglich unbezüglich. Okay, ich bin unbezüglich unbezüglich. Ich habe eine Trittsidee, wie sie Velvet ihren Stagefright nehmen kann. Wenn du freie Zeit hast, bedeutet das, dass du beschäftigst, um zu vermeiden, nichts zu tun zu haben. Du bist zu weiblich für diese Welt, Mogilu. Das sagt die Frau mit der Welt's blandesten Persönlichkeit. Ich habe immer gedacht, du wärst der Typ, um sich zu verraten, sobald die Dinge zu verraten. Also, was hältst du hier? Ich bin wirklich, völlig, 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 wütend von nichts anderes zu tun. Das heißt, ich bin unbezüglich. Genau, jetzt verstehst du es. Außerdem, ich muss sich umgehen, um zu sehen, wie unser Bett ist, nicht ich? Die Explosion ist zurück! Richtig! Und dann kannst du speichern, und dann kann man essen gehen. Genau, und dann suchen wir nach der Pause, wo Eleanor geblieben ist. Dasselbe wie gerade eben. Ja. Aber wir haben die empirische Tafel dafür noch gefunden. Mhm. Und Wahrsagen Schwindel, also die nächste Fähigkeit von Magidus Fähigkeit. Das ist doch egal, wer da ist. Mit wem es ist. Hauptsache, wir kriegen die Sachen. Richtig. Oh, ist die erste Stufe. Er erhöht die Chance, seltenes Essen zu finden. Vielleicht. Vielleicht. Und, äh... Wie immer sei, Fuchs, möchte ich jetzt gerne schnell speichern. Schnell speichern? Wir haben doch hier vorne noch einen Speicherpunkt gehabt. Weiß ich doch nicht. Doch, einfach vorne durch die Tür raus. Ja, dann geh ich und speicher. Und es ist die Frage, ob du rausgelassen wirst. Und ob du da nicht dann wählst. Oder ob wir nicht die eigene Katzine auslöst, Fuchs. Wozu haben wir denn das Schnellspeichersystem? Dass ich es nicht anwählen kann. Ja, wie immer, ne? Und in dem Sinne, nachdem wir die beiden Damen jetzt gemeinsam schnell gespeichert haben, würde ich sagen... Warum sind wir eigentlich jetzt gerade nicht auf zum Titelbildschirm gewechselt? Ist doch egal. Weil egal. Sehen wir uns dann nach der Mittagspause. Und dann gucken wir, wo Eleanor geblieben ist. Und bis dahin... Bis dann, bye bye! Wiedersehen! Ciao!